Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anna. Liebe Leute, wir haben den Tempel gefunden und haben in der letzten Episode da schon ein bisschen was umher, da wie zum Beispiel so ein Armonblatt haben wir da rein da. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist das? Das ist das Zeichen, was wir gesehen haben. Wir haben ja da oben in dem Wohnraum da, wo das Kindergitterbett da ist, so eine Luke am Boden aufgemacht. Da war genau das gleiche Zeichen drin. Und ich habe den Hebel betät. Hey, du hast ja auch das Zeichen. Oh, okay, das ist die Luke. Ja, und was bringt mir das jetzt? Sie muss wichtig sein. Okay, verstörend. Okay, jetzt warte ich mal. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, haben wir... Das haben wir gelesen. Aber ich glaube, das Legendending haben wir nicht gelesen. Das ist, glaube ich, da auf dem... Auf der Bank da gelegen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich werde das jetzt lesen. Die Ältesten sagen, der Fremde sei zum Fluss gegangen, auf der Suche nach Inspiration für die Statue, welche die Herren des Tals bei ihm als Geschenk für die Kirche in Auftrag gegeben hatten. Eine reumütige... Reumütige Maria Magdal... Haben wir das nicht? Da kommt das sehr bekannt vor, was ich da gerade lese. Das habe ich schon gelesen. Das habe ich schon gelesen. Es ist das mit dem Doktor, der mit sein... Der wollte das schnitzen. Und er ist voll wahnsinnig geworden, weil er die Anna im Wald oder so gesehen hat. Dann ist immer der Doktor zu ihm gekommen. Mit Äxten einschlugen, als der fanden jungen Mann tot. zu Füßen der Statue liegen. Ja, der hat sich halt in seinem Haus eingesperrt die ganze Zeit. Also an der Statue, er wollte, glaube ich, die Anna schnitzen. Und die ist eigentlich dann verhungert, weil er nichts gegessen und getrunken hat. Ganz laute Wassergeräusche. Ja, was ist denn das? Kannst du bitte aufhören? Danke. Ja, gut. Ja, Opferschale, bla bla bla. Baum. Ich kann meine Augen noch nicht von diesem Auge lassen. Dieses Auge. Ja, es kann auch ihr Auge nicht von mir ablassen. Okay, jetzt warten wir mal. Ich muss da doch irgendwas machen. Vielleicht soll ich mal die Masken ausprobieren. Wir sind ja da mit der Maske der Wahrheit reinkommen. Deshalb... Hey, meine Lebensanzeige, die ist bedrohlich niedrig. Gut. Und jetzt... Hey, Kumpel. Ah, ich habe schon wieder Leben verloren. Hilfe. Ah, weil sie da hinten steht. Ja, jetzt sehe ich da den Sternenhimmel. Oh, Schatz, ich kann jetzt die Groller nehmen. Warum sage ich Groller? Ich habe das... Hey, ich weiß nicht, dass du da so deppert. Ich habe das Wort Groller noch nie gehört. Das ist ein Kelch. Oder ein Trinkbecher. Aber keine Groller. Okay, was kann ich mit dem da? Obwohl ihr Kaffee darin war, bla. Okay, kann mit der Groller was da? Vielleicht kann ich da was sein. Und irgendwas hat sich mit dem Kind zum da von uns. Also ich weiß nicht, ob das unser Kind ist, aber wir finden immer so Kindersachen und auch das Kinderbett und so, ne? Das muss ja irgendwas... zu bedeuten haben. Also ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Schau jetzt nochmal raus, ob sich irgendwas verändert hat. Das weiß man ja nie in dem Spiel. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, mal... das da absitzen. Ach, da steht sie wieder. Aber ich habe kein Leben von ihnen. Ich gehe jetzt einfach so vorbei und raus. Ja, sie ist voll doof mit der Danten da. High five! Okay, ich habe eine Groller und ich werde sie benutzen. Ich muss ja noch immer irgendwas mit einem Blut da. Ich muss ja... Ich habe ja oben, ne? Im Dachboden habe ich ja unsere geliebte Göttin Anna habe ich ja schon so halbwegs zusammengebaut, kann man so sagen. Sie kann ihren Kopf wenigstens schon mal bewegen. Das ist schon mal gut. Aber in einem Buch steht, dass sie ihr Blut geben muss oder so. In irgendeinem Buch ist das gestanden. Ich bin mir ganz sicher. Brief des Priesters. Das habe ich, glaube ich, auch schon gelesen, gell? Doch, doch, doch. Das habe ich schon gelesen. Bin mir ganz sicher. Und jetzt versuche ich... Ich muss irgendwas Blutiges da rein. Vielleicht... Moment, vielleicht muss ich mein eigenes Blut. Weil ich kann mein Ritualmesser-Dolch-Dings nur verwenden. Das heißt, ich muss es nur für irgendwas hernehmen. Okay, aber nicht dafür. Okay, ich muss... Ich muss irgendwen aufschneiden. Oh Gott. Ich dachte, ich schreckt wegen den Händen. Alles klar. Ich muss wen aufschneiden. Wen? Da ist ja keiner. Hey, was geht ab? Muss ich die vielleicht aufschneiden? Ah, es ist schon wieder abgekühlt. Ja, Bild einer Schlange. Wobei, das ist ziemlich doof, ne? Das kann nicht funktionieren. Okay, wen, wen darf ich aufschneiden? Bin mir sicher, ich brauche ein Blut. Und was ist mit dieser Türe im Boden? Das ist so verwirrend. Da schreit unser Baby. Unser Baby. Vielleicht muss ich mit dem irgendwas tun. Also die Kinderhaube kann ich schon mal nicht aufsetzen. Weil vielleicht ist es dem Kind ja kalt. Deshalb schreit sie die ganze Zeit. Das weiß man bei Babys nie, warum die schreien. Irgendein Problem haben die immer. Na? Na? Hast du Durst? Na? Ich probiere alles durch. Es ist... Es ist... Ach, egal. Warum der zweite Zimmerschlüssel? Gibt es da einen ersten Zimmerschlüssel auch? Oder vielleicht sogar einen dritten? Magst du auch einen Blatt? Magst du die Koller? Soll ich das jetzt wirklich probieren? Oder vielleicht vorher mal in die Jagd müssen? Ich weiß nicht, ob ich bei dir schon mal probiert habe. Anzünden geht auch nicht. Okay. Uah! Was war das jetzt? Was ist das gestanden? Kinderkopfes? Das ist zu weit in einem Scheiß. Jetzt ist aber Blut... Warte mal, Blut! Kann ich das Blut... Moment. Oh, ekelhaft, Mann. Wah! Ist ein Kind! Das 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 ist ein Kind! Und das ist ein Kind! Wir machen die texturen! Ist das Kind? Das ist alles warm! So alles Maeve ist... Mh... Also... gut... Okay! Ja, hallo jetzt muss ich ihr das Blut da geben Ja Da passiert was Soll ich da rüber gehen? Aber vielleicht verpasse ich dann irgendwas Warum hat der Schrank jetzt so gut Alter, wenn die jetzt aufstehen, die gerade durch Ich schreie Das war's Was sitzt sie noch da? Oh, okay, sie sitzt da da Okay, was Hä, ist das neig? Sie spricht mit mir Ich spüre es tief in meinen Gliedern Anas Schlüssel? Du gehst zu weit, verschwinde Wow, sie ist dauernd Anna, Anna Anas Schlüssel Warum hast du mich im Stich gelassen? Hey, Alter, hallo, holz doch die Klappe Steck fest, steck fest Okay, ist das vielleicht Für da? Schaut sie mal, das leuchtet jetzt auch so lustig Hat das vorher auch schon so geleuchtet? Soll ich wirklich durch diese Tür gehen? Ich habe das Gefühl, es gibt noch viel mehr zu erfahren Tiefe graben, um mehr zu erfahren Also ich habe jetzt schon mehr Möglichkeiten gehabt, um das Spiel zu beenden Und je nachdem, hättet ihr halt irgendein Ende gekriegt Aber es gibt noch mehr zu erfahren Es gibt noch mehr zu erfahren Aber was? Oh no, oh no, oh no Da wird mir viel deppert Vielleicht für den verschlossenen Wandschrank Komischer Mann Okay, es gibt noch mehr zu erfahren Hä, du, das ist alles okay Äh, aber was? Stimmt, warte mal Stimmt, ich habe ja das jetzt aufgemacht Kann ich es halt zu auch wieder machen Aber ich lasse es mal offen Wann, da vorher auch schon diese Wurzeln? Glaub nicht, oder? Nee, die waren vorher auch nicht da Verschlossen Ich kann nicht Das war doch irgendwo ein Raum Wo ich gesagt habe, an der Wand Das schaut so aus, als wäre da eine Türe Könnt ihr euch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wo das war Das ist ja natürlich jetzt doof Da war doch irgendwo ein Nein, das muss doch da wo dann sein Können wir dabei noch nicht Jo Das da Schlüssel los Aber das ist dann auch nur sowas wie ein Ausgang Ich brauche ja einen Schlüssel dafür Es gibt noch mehr zu erfahren Okay, ich kann mir jetzt halt unten da War ja Nix Oh no, 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 no Ich kann Ich habe jetzt verschiedene Türen, die ich verwenden kann, um zu flüchten, sage ich mal Ähm Da war nix Da war ja auch nix Da war ja eigentlich auch schon fertig Baum in der Pfütze Eigentlich müssen wir den Baum ja oben sehen Am Dachboden durch Ragen Tut mir aber nicht Da gibt es ja auch nix Mehr Was ist, wenn ich zu dem Typen da hingehe? Eingangstür Was, wenn ich da einen Schlüssel verwende? Nee Gut, dann gehe ich jetzt In der Werkstatt da Da haben wir eh schon die eine Tür da Ah Uh, wie sie einfach da steht Vor uns Bist du doof Vielleicht hat sich im Tempel was verändert Du 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 için Und zwar Da war ziemlich Es kommt da das Wasser wieder gleich aus Leute, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Ah, da steht sie wieder. Achtung, nicht anschauen. Ich habe schon so wenig Leben. Also mein Gefühl sagt mir, ich muss irgendwas oben da. Aber was? Es gibt noch mehr zu entdecken. Gut, da kann ich auch rausgehen. Gut, da darf ich nicht durchgehen, alles klar. Na, liebe Leute. Ich würde sagen, ihr macht jetzt eine Folgenpause. Vielleicht ist es so etwas wie eine Kinderspieluhr. Unheimlich. Ich mache jetzt eine Folgenpause. Ich werde mich jetzt da noch ein bisschen umschauen, ob ich vielleicht irgendwas herausfinde. Ich werde eventuell die Bücher noch mal durchlesen, die letzten. Ob ich da irgendeinen Hinweis oder so kriege. Ach so. Und... Ich habe noch, ich sehe da drüben was, aber... Vergesst es. Äh, ja. Vielleicht finde ich irgendwas Interessantes heraus. Wir werden es herausfinden in der nächsten Episode von Anna. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.